Leute, ich krieg das niemals raus. Guten Tag meine Freunde, ich habe wieder Bock für eine Veränderung. Eigentlich wollte ich blond machen. Nur eine bestimmte Person hat mir verboten, blond zu machen, weil sie sonst eifersüchtig ist und dann auch blond werden möchte. Und ihr wisst, wie die aussah mit blond, Leute. Deshalb habe ich heute meine Kleidung angezogen, die dreckig werden darf. Und zwar färbe ich heute meine Haare. Und alles darf sie machen. Sie darf anmischen, sie darf drauf machen und ich darf nichts dazu sagen, Leute. Und ihr wisst, bei Haare färben ist Alina die schlimmste, wirklich die allerschlimmste Person auf der Welt. Mein kleiner Bruder könnte sogar besser färben. Also, ich hoffe, es wird gut aussehen, weil ich habe morgen ein Treffen und ich darf nicht aussehen wie ein Otto. Also, meine Haarefarbe ist dunkelbraun. Da gab es euch dasselbe, aber von einer anderen Marke. Es war 2 Euro teurer. Habe ich nicht genommen. Wollen wir was zu essen bestellen, aber auf deinen Nacken. Ich spinne es durchzahle nicht für dich, Alter. Ich wollte nur für mich bestellen. Was? Ja, was machst du so? Nur mal so, Leute, ich wollte mir Pizza bestellen für mich alleine. Und nicht für die da hier. Und für Inga? Die mir dann näsch, die Haarfarbe bekommt, die voll veraltete Seite. Nachdem er mein Zelt braune Haare hat, ist es mir viel sympathischer als sonst. Ich sag ja nur. Bist du dir sicher, dass du so eine komische Haarfarbe haben willst du es verletzen? Nein, nein, es ist einfach braun. Boah, Leute, die Kresse von meinen Triopsen, die stinkt so. Ich überlege, ob ich den Küche packen soll. Das riecht wie so pipi irgendwie. Wenn ich mein Zimmer öffne, zieht es richtig durch die Nase. Ich war heute Morgen duschen und ich komme so ran und es hat so richtig eklig gestungen. Ich dachte, jemand hat mir im Zimmer gepipit. Also wirklich, das war eigentlich ganz, ganz schlimm, Leute. Du darfst deine Haare schon öffnen, aber nicht nach hinten gucken. Das hat wirklich gar nichts gemacht. Komm mal runter, Alter. Ich hab vorhin mal gesagt, wir lassen mal die Pizza bestellen. Und wer zahlt? Ich zahl keinen Cent. Eck hat wohl den fetten Pool in der Hose. Ich habe einen Gefluss. Hey, hast du gebläht? Hey, Eck, hast du bargeld? Nein, hab ich nicht. Hey, wie willst du sonst zahlen? Du zahlst. Das war kein Wissenschat. Das war kein Wissenschat. Aua! Also, Sel hat ihr eigenes Ding gerade beschlossen. Ich werde mit meinen Händen ihre Haare färben. Manke, was ganz Neues. Auf denen so schlimm. Sehr, sehr neu. Die färbt immer meine Haare, weil sie keinen Bock hat, so kleine Strähnchen immer extra zu malen. Ich tue jetzt die Farbe rein. Sieht ziemlich nasty aus. Und wenn das dann mischen ist, erinnert mich irgendwie manchmal ein Pommesvergalt. Ich vertraue Eck nicht, aber wenn der halt gut aussieht, doch, wenn es kacke aussehen muss, muss ich eigentlich Pizza gönnen. Hm. Da habe ich glaube ich so beschlossen. Ich weiß nicht, das ist ziemlich nett. So kalt. Fraschig. Oh, das habe ich gespürt. Das war richtig dein ekliger Mundi, Alter. Und ich habe keinen Grundi. Ebenso Salz. Also, wenn du viel über den Geruchfühl an den im Finistern hat, sie keinen Mundi. Oh, sehr. Das hört jetzt auch. Ich erinnere mich manchmal an den Döner. Boah, ich habe Bock auf Döner. Ich habe einfach so meinen Dönershaus. Mhh. Und dann passt auch, dass sie nicht hertropft. Wow, nicht meine Stirn. Alter, ich töte dich, wenn du mir die Stirn färbst. Oh, was soll ich machen wegen deiner Eierstirn? So kalt. Oh Gott, so eklig, oh. Ja, weil Leute, immer esse ich eben beim Winter im Friseur, aber es auch kalt. Ich dachte im Friseur, das ist warm und soft. Ja, aber es ist noch nie im Winter beim Friseur. Ja, aber ich im Winter. Im Winter bist du aber Broker, Lina. So weit zu dessen. Ich war deine Schwester. Das ist wie Desinfektionsmittel. Ja, wahrscheinlich haben die neue Inhalte heringetan. Oh, das war fast mein Auge, Digger. Das tut mir leid. Oh, das hinterher, denn ich war schon an der Ehe hier nicht vor. Oh, das brennt langsam. Also, die Farbe brennt. Oh Gott. Oh Gott, ich bleibe ich gleich. Oh, nein. Nein, geh weg. Mariko, lass mich abwischen. Nein. Lass es mich abwischen. Nein. Du hast eine Friseursalong. Lina. Die kommen drin belästigt. Letizelle hat mir letztens erzählt, dass sie im Sommer mal nach Österreich will, weil da eine Stadt am Elk ist. Wallah, hab ich nie gesagt. Die kommen sie halt mit. Elk ist es nicht das? Wollt ihr, dass wir mal nach Österreich in die Stadt Elk fahren? Herr Link, mein Gott, lass mich gucken, wie das aussieht. Stell dir vor, diese Stadt wurde extra für mich gebaut. Lina, du erinnerst mich an eine Tintenpatrone. Wieso? Eck, Marktgemeinde in Österreich. Es ist wirklich ein Dorf, das heißt Eck und es hat 3300 Bewohner. Oh mein Gott, lass mal gucken, wie das aussieht. Obwohl, die ist echt schön. Wow. Das ist echt. Ich weiß nicht, dass er eine Bräule Haarfarbe hatte. Sie sieht aus, die sind Otto, Digga. Wirklich nur so hässlich. Oh Gott. Ja, und ihr sagt, mach braun. Mach braun. Alles ist besser als blond, Leute. Das kann ich euch schwören. Okay, irgendwie ist da noch sehr, sehr viel Farbe übrig. Behalt die, behalt die, weil wenn ich ausgewaschen habe, dann mache ich drauf, wenn noch Falten drin sind. Okay, und ich mache das gleich ein in ihre nästigen Fethaare. Ja, ich meine Haare glittert, du hast näst die Fethaare. Einer kann keinen Duft machen. Seit drei Minuten spiele ich irgendwas an meinen Haaren rum. Zuerst macht die einen Zopf, dann macht die irgendwie meine Haare nach oben. Es ist doch nicht so schwer, Haare einzuzwirbeln und dann ein Haar rum mit drum zu machen. Doch, es ist schwer. Boah, Scylla ist ja voll die fetten Nackenhaare. Ich weiß. Jutta, mindestens einmal pro Woche gehe ich ins Hechtzimmer rein. Und jedes Mal, jedes Mal wächst sie sich, Alter. Jedes Mal. Ey, das muss ich jetzt erzählen. Oh, mein Boden. Bin ich auf dem Boden? Ey, das hängt von einem dreckigen Lidschatten, Alter. Ist alles auf den Boden gekommen. Ja. Mach deine Füße hoch. Füße hoch. Gebt deine Schuhe sofort, Alina. Wir kaufen ihr nie wieder eine James Charles Palette. Das hast du ja seit der Tintenpatrone gesagt. Ey, Scylla hat es zum Glück nicht gecheckt. Die dachte, das ist von meiner Lidschattenpalette. Ach, das war sehr, sehr knapp, Leute. Ich hoffe, die schreien später nicht. Oder ich will gar nicht wissen, was die später mit mir macht. Hoffentlich gönnt ihr mir trotzdem weiter Sachen und leitet mir Geld, weil ich brauche das. Wir checken mal kurz, ob meine süßen Franzis hier schon leben, Leute. Und zwar stand da, dass man mit Licht an die gehen soll. Dann sollen die irgendwie hierher kommen. Ich kann nicht sagen, ich brauche meine Brille. Oh nein, die bewegen sich einfach nur, weil ich daran gerüttelt habe. Hä? Kann ja nicht sein. Wir haben gar nichts, Alter. Ich habe sogar Wärmekissen für die Warmen gemacht, dass die nicht erfrieren. Und deren Dank ist, dass die nicht mal schlüpfen. Vielleicht sind die nicht. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch so gekocht. Kann auch sein, glaube ich. Sie bestellt jetzt Pizza für uns. Hallo, ich möchte gerne eine Pizza Margaretha L. Tiramisu. Und Pommes. Dann einmal eine Pommes. Mit Mayo. Mit Mayo. Und Ketchup. Und Ketchup. Eine nächste Mix. Alter, Lucky Lucky. Tschüss. Mach deinen Lucky. Alter, wie peinlich bist du. Wenn ich bestelle, dann rede nicht rein. Das ist ja so peinlich. Es ist halt aber schon, dass du mir das Geld zurückgeben musst. Ich bin... Äh. Was? Zurückgeben. Was wäre, wenn deine Haare nicht braun, wenn es eine andere Haarfarbe wäre? Kommt drauf an welche. Ja, such dir was aus. Blond. Grün. Boah. Dann würde ich ausziehen. Leute, guck mal, wie Slade es blond strahlt bis zum Sonnenschein. Slager. Boah. Du bist ein netter Punkt Null. Du strahlst nicht. Oh Gott, du strahlst aus der Hässlichkeit und nicht voll Schönheit. Ich strahle, dann strahle meine Pickel. Rot wäre auch noch okay. Alle anderen Farben wäre nicht okay. Leute, ich gucke euch die Stupa-Box hier an. Stell dir mal vor, eure Box sieht so aus jeden Morgen. Ein Sandwich, Müsli-Riegel, Äpfel, Karotte. Leute, wegen der aktuellen Situation haben wir vielleicht Home-Schooling. Wir? Ja, ja, du. Du bist 12 Mal was gemacht zuhörst. Ciao. Vielleicht mit Home-Schooling. Dann kannst du mir doch auch so eine leckere Tuber-Box machen. Weil sonst esse ich nie was. Ich habe Alina die ersten zwei Tage auch eins gemacht. Und dann hat sie sich gegessen. Wirklich? Wer tut Mandarinen essen? Jeder. Nein. Tja. Mandarinen, Banane. Alina hat heute eine Freundin getroffen. Ich wollte, ob die ein bisschen zugenommen hat. Ich hatte gesagt, ja. Ja, und die sind so... Nein, jetzt nimmst du keine Mayo, die da. Oh mein Gott, Leute, ich habe das echt vermisst, Alter. Mayo-Sucht. Mayo-Essen und Trinken. Oh mein Gott, guck mal, ob er von Mayo Diabetes bekommen kann. Alina. Und was denn? Es gibt eine extra Seite für Mayo-Sucht. Und was? Also, die Leute, die kein Mayo essen, werden sie jetzt ekeln, aber die Person unter euch, die wie ich in der Bahn von Mayonnaise gezogen worden sind. Ich hoffe, es ist nicht eine Mahlzeit ohne Mayo zu versprechen. Ich liebe Mayo und tue alles mögliche drauf. Äh, was tut es eigentlich? Nein. Zum Beispiel nämlich anstatt Butter-Mayo. Und zu Pommes auch immer Mayo. Hä, ist doch klippert. Peter mit Mayo. Auch esse ich Mayo wie ein Nutella-Löffel. Hä? Ich verstehe gar nicht, was jetzt da was daran so schlimm ist. Ich schwöre, es war sehr viel Mayo. Da sind ja richtig viele Leute, die verstehen das auch. Leute, die alle, gell? Aber ganz, meine Community, meine Maya. Die alle. Ja, aber nicht Timer? Das ist hier nicht. Du hast kein Timer gestellt. Nicht bei mir. Geh, guck. Ich habe meine Haare jetzt gewaschen und ich muss sagen, es war eine Sauerei. Aus irgendeinem Grund war das Ganze sehr, sehr dunkel und nicht bräunlich. Inga meinte, das ist halt so wegen der anderen Marke. Ich hoffe euch wirklich, dass meine Haare nicht in einer anderen Farbe gefärbt werden. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Und Haarfarbe ist in mein Auge gekommen und es hat mehr gebracht als sonst. Habe ich jetzt eine andere Augenfarbe? Hey, wer hat schon ein Stück gegessen? Ach, du teile das. Du bist so ein... Ich glaube, die lässt einfach, gell? Die macht nichts. Die Kohlkei hat Kühlschrank. Wenn ihr Pizza bestellt, ihr müsst euch auch Cola bestellen. Das ist so lecker, Leute. Und jetzt gucke ich in den Spiegel. Und Leute, ich muss ihr kurz vorab sagen. Mein Shampoo war lila. Und dass ihr kurz klar ist. Ich werde euch *** legen, wenn ich sehe, dass meine Haare lila sind. Ich habe morgens Schule, Leute. Und morgens ist ein besonderer Tag für mich. Okay, dann darfst du in den Spiegel schauen. Gut. Das ist auch so eine Tintenpatrone aus der zweiten Klasse. Was ist mit Mengen? Leute, ich kriege das niemals raus, bis... Ich habe braune Haarfarbe gekauft. Ich kann es nicht zulassen, dass Cyber ihre Haare braun färbt. Weil braun sieht total unsympathisch aus. Hey, die Kamera sieht aus wie grün. Ich denke, was? Echt? Dunkelgrün, guck mal. Bra, ja, man. Sarah sieht aus wie Professor Snape. Herzlichen Glückwunsch. Ihr kennt doch alle bestimmt diese tote Meermaske, Leute. Für Pickel, weil ich habe echt viele Pickel. Du brauchst sie überall. Auf jeden Fall, ich habe gestern eine meiner Schublade gefunden, Leute. Und ich dachte immer so, ach, die kann man nehmen. Weil ich dachte mir, die wäre nicht so alt. Dann, ich nehme die raus. Das fühlt sich an wie Knete. Das war so steinhart, so richtig eklig. Schon war schon offen. Ich gehe, ja, es war offen. Ich gehe ins Waschbecken, wollte es auflösen, flüssig machen. Nein, mein Gesicht. Und manchmal so, okay, vielleicht ist es nur hart geworden. Was passiert? Ich sehe, wie aus der Packung eine Fliege rauskrabbelt, schon halb tot. Und die fliegt da rum. Und dann stürzt sie ab ins Waschbecken, Alter. Der Tag danach, Leute. Meine Hände sind komplett lila überall. Und meine Haare sehen nicht lila aus. Sondern halt so dunkelblau, aber auch nicht schwarz. Aber es ist halt sehr komisch, Leute. Und im Licht... Die sehen schimmelig aus. Das solltest du niemals sagen, Inga. Das solltest du niemals sagen, Inga.